willkommen zurück in warhammer space marine ja hier haben wir letztens ein bisschen auch wieder aus dem hinterhalt so wo sie nicht hinkommen fand ich jetzt die beste lösung und der typ hat mich trotzdem einmal erwischt aber ich habe erfahren wenn ich jetzt hier guckt mal mein leben wieder voll ich kann das aber auch nicht unterbrechen das ist das schlimme das heilt mich gleichzeitig aber es geht ja wieder schnell voll ah ja da kommen sie war endlich wieder normale hier normale gegner ja so ist das was ihr wollt sterben anscheinend schon da hinten warten schon wieder ein haufen ja ja wusste ich kommt wieder sonnen weg hier oh gesindel ich weiß nicht wie schnell das ding wieder voll ist ich sollte mich nicht so schnell nach vorne wagen nein 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 so kann man auch immer noch weg ah jetzt kommt er mit raketen scheiße so meine jungs mal sehen wie ich dich hier brauchst du auch wieder ein paar mehr in die fresse ja 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 ach er hier kommt auch vorbei wieder mal hat aus dem letzten mal nicht gelernt ich brauch leben so irgendwo schießt da einer noch mit raketen wieder wir sollten mal uns den raketen fuzzi vornehmen wo ist er blöde sau das ist das gute daran man kann hier hin und her fliegen so ach er haut mal wieder ab na komm ich kümmere gleich mal alter was für ein krieg hier da ist schon wieder so ein so spürt den zorn ich glaube wir machen jetzt extrem schaden komm her komm her musst du mir dein leben geben boah was für ein gewusel schnell mal hier kurz weg ja aber wir wollten ja ja abbauend dicke sau entschuldigung ich wollte dich nicht zu nennen komm her komm her ja so 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 das ist der wahre krieg das ist der wahre krieg habt ihr gesehen ich habe den Kopf abgeschlagen ja so so leben zurück warte mal das muss ich hier mal genau so so wo haben wir denn den aha komm her komm her fix das leben leben einmal und ja man muss das echt andauernd anwenden damit damit man wieder volles leben kriegt wow und sorry wenn ich wenig geredet habe aber ihr habt ja selber gesehen ne das war echt äh schweißtreibend so unten muss ich dann weiter weil hier oben war glaube ich jetzt nichts mehr wir können noch mal gucken gehen da hinten ist noch munition da ist schon praktisch dass man fliegen kann falls zu viele wären kann man aus der situation dann weg die hatten wir uns schon geholt und ah ich habe jetzt hier auch keine Lust weiter oben zu suchen so man kann das auch wenn man jetzt so ne kann man schnell so rechts und links so ein bisschen nur das nutzen was nein und nö immer das was dann einem richtig gut helfen tut das ist dann wieder weg ja ich komme ja schon ich komme ja schon ach hier ist sie ja wieder er sagte sie brauchen einen Lufttransport zur Kalkis Einrichtung mit ihren Valkyren erreicht man sie am schnellsten wir haben keine Zeit zu verlieren ihre Männer sind bereits an Bord der Valkyre und die Schwadrone ist bereit abzuheben wir bringen sie schnellstens nach Kalkis Zeit dass die imperiale Armee den Kampf gegen die Orks aufmacht und ihr kommt hier alleine klar ja ok na gut dann wollen wir mal Teil 3 die Waffe kämpfen sie sich zum Forschungslabor des Inquisitors durch ich muss jetzt aber nicht selber fliegen oder? wow wie viele wir sind äh wo denn ich kann mich ja nicht um alles kümmern Alter Orks mit Raketen auf dem Rücken. Na, hallo? Geht's noch? Los, Schild F. Ah, hier, der hat wieder Probleme. Der da hinten auch. Oh, meine Güte. Kann ich mich gar nicht mehr dran... Boah, hier, voll, voll ein Schwein. Alter, was ist denn nun? Wieso, äh... Ich schieße dich ab, Alter. Hau ab hier. Nein! Wie denn? Was soll ich da machen? Wir stützen ab. Ah ja, es sollte wahrscheinlich so sein. Ich, äh, ich hab mein Bestes gegeben, Leute. Tut mir leid. Ja, wahrscheinlich sollte das so sein. Was? Wieso hab ich denn jetzt wieder eine Säge? Ich hab keinen Hammer mehr. Was soll denn das? Wie soll ich denn... Ach so, weil wir im Anfangsgebiet sind. Deswegen. Verstehe. Verstehe, verstehe. Wir sind im Anfangsgebiet. Und da sind die Gegner wieder schwach, oder wie? 2. Was soll ich denn das? Ja. Das geht Metzl wieder los hier, volle Kanne, du. Boah. Was willst du? Die scheinen ja dann auch in so einer Art, oh, Rage muss sein, der macht aber Schaden hier. Meine Güte. Alter, ich krieg Schaden. Warum? Status des Inquisitors. Der Rest der Schwarz-Roden hat sein Fahrzeug an den Rand der Kraken-Einrichtung geleitet. Da oben der. Ja, den hätte ich jetzt aber noch abgeschossen, so. Habe ich nur nicht gesehen, dass der da war. Oh, und mein Leben ist nicht voll. So eine Sau. Ist das hier der Inquisitor, der da vorne rennt? Ey, meine Leute sind ja auch da. Und viel Glück, Leutnant. Voll die Wüste hier. Kann ich mich gar nicht... Kettensäge. Warte mal, Kettensäge gegen was? Äh, selber. Das nehme ich aber. Und Munition. Was habe ich denn jetzt am Waffen da? Ah, die normale Sniper. Das Lasergewehr. Aha. Okay. Ja, okay. Ich muss sowieso erstmal welche massakrieren. Damit ich... Eieieieiei. Ja, 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 ja. Immer auf mich, ne? So, hier. Ein Stück höher. Ein Stück höher. Ah, ja. Deswegen wahrscheinlich die Sniper. So. Da ist noch einer. Ah, ja, jetzt kommen... Geil. Ich brauche erstmal Leben. Ich brauche noch mehr Leben. Da ist aber noch irgendwo ein Scharfschütze. Ich sollte nochmal... ...zurück gehen. Lassen wir doch mal vorbei. Da war noch irgendwo einer. Da oben. Alter. Der hat gut was ausgehalten. Woher kam... Das war von dem noch, ne? Deswegen habe ich auch so viel Schaden gekriegt. Der mit Raketen geschossen hat. Guck mal her. Ich brauche sein Leben. So. So, du noch. Kurz zurück. Wo schießt du hin? Ah, ja. Dafür lege ich dich oben. Ja, mach mal. Komm, guck mal hinterm Stein vor. So ungefähr, ne? Machen wir das. So, wo schießt du jetzt hin? Ist da noch einer? Waren da nicht gerade noch welche? Müssen aber ein bisschen vorankommen. Ah, man hätte sogar zu denen hier... Ne, hätte man nicht. Da haben wir Muni. Wo geht's hier lang? Ein neues Gebiet. Ich meine, wir waren ja auf der anderen Seite. Ah, ja. Ah, wie ich den hasse. Komm mal her. Wie machst du denn da? Er hat so eine Art Mörser oder so. Hier geht's auch noch weiter. Oh Leute, da muss ich aber trotzdem nochmal zurück. Ich muss eh gleich einen Schnitt machen. Ich schau mich hier nur nochmal hier vorne um. Weil, ich hab jetzt gedacht, das ist hier... Irgendwie ein Zusatzweg. Denn hier... Kommen wir nicht rüber. Okay. Alles klar. Aber ich wollte mal mich hier noch umschauen. Wir kamen ja von da drüben. Genau, deswegen. Und ihn noch eingefunden. So, jetzt geht's den offiziellen Weg. So, bis hier erstmal. Dann sag ich mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt Warhammer Space Marines. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. 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 Vielen Dank.